Musik Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zur heutigen Musikstunde. Wir spielen das schnelle, fröhliche Stück, die Champagner-Arie, aus Mozart's Oberdon Giovanni miteinander. Die rechte Hand hat ein paar Mal Lagenwechsel, das heißt wir müssen Finger wechseln, auf gleiche Taste, während die linke Hand, die ist zwar sehr schnell, dafür habt ihr aber nur zwei Akkorde, nämlich den C-Akkord oder den G7. Musik Ladet euch die Noten herunter und kommt her und spielt mit. In der ersten Seile liegt der dritte Finger auf dem C2 und wir spielen 3, 3, 3, 5, 3, 3. Der Daumen liegt jetzt auf dem G und wir wechseln beim nächsten G zum zweiten Finger. 5, 2, 2. Nochmal bis dahin, dritter Finger auf C. Daumen auf E, wechsel auf den zweiten. Jetzt habe ich einen Daumen für das E im Takt 5. 1, 2, 4, 3, 3. Ich wechsel jetzt mit dem zweiten Finger auf das G im Takt 7. Dann habe ich genug Finger fürs C2. Ich spiele nochmal die erste Zeile, Takt 1 bis 8, mit der rechten Hand. 1, wechsel auf 2. 1, wechsel auf 2. Die zweite Zeile ist identisch mit der ersten. Am Ende der zweiten Zeile der letzte Ton, ihr seht, das E2. Mit dem fünften Finger, da fange ich an, das ist der Auftakt zu Takt 17 in der dritten Zeile. E, 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 C, H, C. E, 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 C, H, C. Wir spielen miteinander Auftakt zu Takt 17, fünfter Finger auf E2. 5, 5, 5, 5, 4, 3, 2, 1 und Pause. Die letzten beiden Takte ist beides mal der C-Akkord. Zuerst G, C, E. Dann E, G, C. Gut gemacht, drückt jetzt den Pausenknopf und spielt diese Melodie mindestens fünfmal für euch alleine. Drückt dann auf Weiter. Wir spielen dann die linke Hand. Die linke Hand spielt C, E und G. Dann hinter steckt der C-Akkord. Wir spielen die unteren zwei Töne miteinander und den oberen allein. Ab Takt 1, 1 und 2 und. Immer so weiter. Und in Takt 7, weil am Ende der Zeile geht der fünfte Finger zum H, der zweite liegt auf dem F und wieder G. Und in Takt 8, wechseln wir wieder auf C. Es geht so weiter. In Takt 9. Und in Takt 15 wieder H, F, G. Takt 16. Takt 17. G7. Takt 18. Takt 19. Takt 20, C, E. Pause. Akkord. C, E, G. Und Schlussakkord. C, E, G. Jetzt spielen wir von vorne beide Hände langsam miteinander. Die erste Zeile. Dritte Finger auf C, links, C-Akkord. Und. Ängel auf den zwei Enden rechts. G7, links. Und mit der C-Akkord. Takt 9. Takt. Takt 9. Links G7. 1, 2, und Takt 7, und C, und jetzt 1, und Pause. 2, und 1, und 2, und weg. Ich hoffe, meine kleinen Spielhilfen haben euch etwas genützt und sage für heute Tschüss, bis zur nächsten Musikstunde.